Hallo, wir sind hier in Ibis Saarbrücken, Zimmer 410, das ist ein Superior Room. Wer sich jetzt fragt, Ibis Superior Room, ja sowas gibt es auch, nicht in allen Hotels, aber in dem hier. Das Zimmer ist recht groß für ein Ibis, Doppelbild. Schreibtisch mit Fernseher und Ledersofa mit Tisch. Im Vorderbereich Kleiderschrank, auf der anderen Seite das Badezimmer, das kleine Bad mit Dusche, Toilette, was man jetzt braucht. Und bei dem Zimmer hier noch vorhanden, man kann es hier schon erhören, hinter der Gardine, ein Balkon. Kann man also auch raus. Die Zimmer sind klimatisiert. Man sollte ansonsten also die Tür weiter zulassen. Von Preis her ganz okay. Ich habe für das Standardzimmer 47 Euro die Nacht gezahlt und aufgrund meines Le Club Platinum Status ein kostenloses Upgrade in diese Superior Zimmer bekommen. Da kann man nicht meckern. Man läuft ca. 7-8 Minuten zu Fuß von Saarbrücken vom Hauptbahnhof hier her. Die Sonnenstraße ist eine Nebenstraße, ist also auch recht ruhig gelegen. Passt. Kann man machen. Eins und